Romeo, ich habe gehört, du gehst jetzt in die Schule. Ja, ich gehe jetzt in die Schule und lerne ganz tolle Sachen. Was hast du denn heute gelernt? Wir haben einen neuen Kringel gemacht. Ja, was? Die Kinder machen jetzt jeden Tag neue Kringel. Kringel? Ja, das malt die Tante Fink, die malt es auf die Tafel. Und die Kinder müssen das dann in ein Heft malen. Und du? Ich habe auch gemalt. Ich habe eine ganze Seite voll Kringel gemalt. Und was sind denn das für Kringel? Na ja, solche, wo dann hinterher Wörter draus werden. Ach, Buchstaben. Ja, genau. Habe ich doch gesagt, ne? Nee, hattest du noch nicht gesagt. Aber was habt ihr denn heute für ein Buchstaben gelernt? Das O. Das O? Ja, das ging leicht. Und bei mir ist es gleich zweimal drin. Das stimmt, Romeo. Oh. Oh. Oh.